Willkommen liebe Clasher, bei mir den Thorsten Hakatoto beim Clan. Ich bin zu Gast im Clan Krieg. Ja, ich befinde mich direkt nach den Flammenwürfen hier in dem Clan Krieg und ich war hier schon mal während irgendeines Schnorrer-Streams oder so, wo ich so ein Motto hatte, ich bei euch bzw. irgendwie so lasst mich mal bei euch was gucken und vielen lieben Dank der Lina Marie, die mich hier eingeladen hat bzw. deren Einladung, nein nicht Einladung, deren Aufruf ich hier gefolgt bin und also ich hatte, es gab ja auch ein paar böse Stimmen bei meiner Suche oder Auswahl der Clans, wo ich jetzt ganz gerne bei euch mal mitmachen möchte bzw. wo ich mich ganz gerne tummle und das dürft ihr mir nicht falsch verstehen, wenn ich mit dem Avatar hier raus gehe aus diesem Clan, dann ist es immer so, dass ich abends einfach suche und in 4-5 Clans, wirklich, ich schreibe in 4-5 Clans den gleichen Text rein und der erste Clan, der mich nimmt, da gehe ich halt einfach rein. So ist er, so einfach ist das, habe ich auch, glaube ich, in den Kommentaren geschrieben und ich glaube, ich kann mal wieder nicht alle Angriffe zeigen, aber wir fangen hier unten einfach mal an im Rathaus 8 Bereich, schönes Ding hier von Gina La Seconde mit den Walküren, also schöner Rathaus 8 Angriff, sieht man, finde ich, eher selten, ich habe es da vor kurzem mal im Event gemacht, die Walküren hier genommen, aber so in den Clan kriegen, denke ich mal, nimmt, nehmen die Leute, die doch eher selten mit, auch wenn sie auf Max sind, also Gina ist hier Max R8 und muss auch eine ganz anständige Bs machen, muss man mal so sagen, gar keine Frage, aber ich denke mal, mit dem Drachen in der Clan, ihr habt das gerade am Anfang gesehen, das ist echt knapp Max Drache gegen Max Drache, der eine in der Defensive, der andere in der Offensive, das ist schon eine enge Kiste, der war kurz am Anfang mal leicht abgelenkt, so dass das hier in jedem Fall ein Dreiständer werden konnte, ich gehe übrigens 3 hoch, also auch hier habe ich in den Clan Krieg natürlich wieder so ein bisschen mehr gesehen, als dass ich euch einfach leider zeigen kann und deswegen habe ich mir überlegt, 3 hoch, passt. Und da sind wir beim Urquell, Urquell hat sich hier entschieden, oh, 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 habe ich noch gar nicht gesehen, so eine Taktik auf diese Base hier, das ist eigentlich eine, ich nenne es mal so, es ist eine scheiß Base, es ist eine scheiß Base und dann die Knackse ganz, ganz schnell mit Hawk Riders, vor allen Dingen genau über diese Ecke hier, wo er jetzt auch hier reinkommt mit Hexen und Heiler in Woot, der Sprungzauber ist natürlich echt cool gesetzt, ja, da gehen in jedem Fall viele, viele Truppen nach rechts und nach links, habe ich noch gar nicht gesehen, so hätte ich, so habe ich diese Base echt noch nicht gesehen und ist natürlich nicht schlecht gemacht, ein Golem rechts, ein bisschen was nach links mit den Bohlern und dem King, Queen dabei, geht es hier erstmal in diese Base rein, mal sehen, was hier jetzt aus der Clan Burg kommt, okay, da kommt ein Drache und ein Babydrache, die werden erstmal gegiftet, sind kurz abgelenkt, also diese Base habe ich noch nicht so gesehen, ich kenne sie mit Hox, da ist sie nämlich nicht so super schwer, man kommt tatsächlich über dieses Drittel hier, wo hier die Queen schon gestorben ist und kommt später mit den Hawk Riders, da wo die Queen da oben jetzt ist, in diese Base rein und räumt den Rest einfach ab, aber so habe ich die noch nicht gesehen, cool gemacht, aber ihr seht, dass hier die Base ist echt nicht gut, muss ich mal so sagen und das Design ist wirklich ein bisschen veraltert, das hat nichts mehr wirklich mit Anti-3 Sterne zu tun, 25 auf 27, also der Clan krieg hier schon mal auf absoluter Höhe und ich bin hier jetzt auch einen Tag länger gewesen, warum das so ist, das erkläre ich euch gleich. Das ist schnell erklärt, denn ich bin in diesen Clan reingekommen, als gerade so der CK Anfang war, dann rutsche ich natürlich nicht mehr mit rein, also sofern meine Helden nicht leveln und die Leute mich für ganz nett befinden, also von den CK Sternen, von den Angriffen her, bin ich einfach mit dabei, ihr müsst mich nicht mitnehmen, ihr müsst mich nicht mitnehmen, muss ich mal dazu sagen, denn manchmal kann ich auch in den Kriegen nicht wirklich was dazu beitragen, aber auch diese Base hier ist eine typische, es ist eine typische Rathos-9-Farm-Base, die der Gegner einfach mal so hat stehen lassen, so nach dem Motto, ich nehme mal meine Farm-Base auch als CK-Base, die hält schon, die hält nicht. 27 auf 24 hier Sabin oder auf den Sabin vom Team Romania Team und ihr seht das hier, Level 16 Clan gegen ein Level 17 Clan, das ist in jedem Fall auf Augenhöhe gewesen und das war auch auf Augenhöhe, kann ich euch sagen, denn auch der Clan aus Rumänien hat hier nett, nett zugeschlagen, gar keine Frage, aber hier diese, ich kann diese Kombi ja immer noch nicht. Rathos-9-Bereich, ein bisschen habe ich jetzt schon mal geholt. Und tatsächlich auch mit dieser Truppe ohne Heiler, also nur, only Golems, Hexen, ich glaube ein oder zwei Magier, sind dann da mit im Gepäck und ich kann die immer noch, noch nicht wirklich, ich übe einfach. Im Rathos-9-Bereich werdet ihr sehen in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen und ich will auf jeden Fall am Wochenende mal wieder so ein bisschen, entschuldigt bitte, ein bisschen was mit euch machen, vielleicht auch mit dem orangen T-Shirt, weiß ich noch nicht, das ist auch immer auffällig. Auch das kann ich euch erklären, was es damit auf sich hat. Das ist eine ganz einfache, noobige Sache hier, denn der Noob greift hier an auf den Califone. Das ist eine ganz einfache Sache, warum ich immer oftmals die gleichen T-Shirts trage, vor allen Dingen, wenn ich im Stream bin oder auch hier bei den Aufnahmen. Orange, Weiß und Schwarz sind einfach die besten Farben, habe ich so ein bisschen festgestellt, wenn man mit einem Greenscreen im Hintergrund arbeitet. Blau geht noch so, das liegt ganz an meinen T-Shirts, die haben manchmal zwei billige Synthetiken und dann passen die nicht, dann krisseln die immer, egal wie du das hier einstellst. Grün fällt ganz weg, habe ich auch, aber die sind wirklich im Greenscreen absolut nicht zu gebrauchen, sonst tauche ich hier so ghostmäßig auf. Und schönes Ding hier, 10 auf 10, aber ohne, ich gehe mal ein kleines bisschen näher rein für euch. Ich glaube so ist das ganz gut, ja so ist das ganz gut. Aber ohne Infernus, da ist immer noch ein kleiner Vorteil. Der Sprung war jetzt suboptimal, denn ihr seht das jetzt gerade hier wieder. Die Karre geht wirklich weit durch, das solltet ihr mal testen. Ich habe das auch immer wieder verkannt, auch in meinen Angriffen, habe irgendwo einen Sprung gesetzt. Ich meine der Sprung ist wirklich super unnütze da, denn die Karre ist wirklich bis zum Rathaus gefahren. Und das ist natürlich ein bisschen ärgerlich, das ist, ja, Verschwenden eines Zaubers. Und am Ende haben wir hier, ah, haben wir hier ein paar Hawks. Okay, Hawk Rider auf Rathaus 10 erst auf 5. Okay, das ist auch nicht schlecht, aber hier die Pekka Damen, die reißen hier natürlich ordentlich, was? Haben die gerade den King zerschmettert und jetzt gehen die drei nach draußen. Auch gut gemacht und gut gesehen hier. Auch das müsst ihr immer mal wieder sehen. Also ich fand das in diesem Angriff hier sehr, sehr cool, dass hier Pekka's benutzt wurden. Denn sofern du jetzt kein Single Inferno hier hast, Multi Infernus, sei mal dahingestellt, ist die Truppe um die Pekka's hier mit so einer rumlaufenden Queen echt super. Die tanken, die machen ein bisschen was weg und die Queen hier bekommt überhaupt keinen Schaden. Die ganze Zeit nicht, während die Pekka Damen hier oben laufen. Das ist natürlich wirklich krass. Also Pekka ist halt eine Multi Truppe. Sie können tanken, sie können Schaden machen und können auch mal so ein Match entscheiden. Und ich meine, hier lebt jetzt noch eine Luftabwehr-Match entschieden. Ich habe das mal kurz ein bisschen vorgespielt. Spult, damit wir auch zehn Angriffe hier wirklich reinkriegen, wenn wir hier drei hochgehen. Oh, da bin ich ein bisschen höher gesprungen. Ja, da bin ich ein bisschen höher gesprungen. Auf den Kalle hier, auf den Alex, also 12 auf 16, Rathaus 10 auf Rathaus 10. Das ist immer sehr, sehr auf Augenhöhe und das sind im Moment, finde ich, ist das, ja, nach wie vor, bis da so ein bisschen, ich nenne es immer gerne Königsdisziplin. Denn wer ein Max-Rathaus 10er mit seinem, ich denke mal, Max-Rathaus 10er hier dreiert, der hat alles richtig gemacht. Und es geht hier erstmal mit dem Greenwalk rein. Alle Angriffe habe ich auch nicht gesehen. Ich habe hier schon viel gesehen. Es ist natürlich nicht immer so nett, dass ich hier die ganze Zeit nicht abhängen kann. Das kann ich einfach nicht. Das kann ich vor allen Dingen in der Woche vor allen Dingen gar nicht. Und deswegen tauche ich hier nur so ab und zu mal auf, sage guten Abend, guten Tag und trage einfach zu dem CK hier bei. Das ist einfach so. Also ihr dürft nicht von mir erwarten, dass ich die ganze Zeit online bin, habe ich glaube ich auch schon mal gesagt. Das kann ich hier in der Woche vor allen Dingen gar nicht machen. Und ich habe immer noch so eine Matte. Hier sehe ich gerade so in der Kamera. Ja, ich gelobe Besserung. Ich weiß nur noch nicht wann. Eigentlich ist ja nach wie vor der Traum von langen Haaren bei mir nicht ausgeträumt. Zumindest was das Ober- und Decker angeht. Noch habe ich ja welche, also Haare. Und von daher mal schauen. So ein bisschen verlässt mich auch die Stimme. Ich habe heute unheimlich viel reden müssen. Schon auf der Arbeit. Ein, beziehungsweise eine Präsentation und dann noch ein bisschen Diskussion danach. Dann, boah, dann muss ich unheimlich viel reden. Und auch hier hört das dann ja nicht auf. Also auch hier muss ich halt mein Schnabel so ein bisschen aufreißen. Aber schön gemacht mit dem Bohlan. Also es war schon, ich kann euch sagen, der Angriff ist eine ganz knappe Kiste hier. Wer mal drauf geguckt hat, wir haben noch 52 Sekunden. Und jetzt guckt mal, wie viel von dieser Base hier noch offen ist. Ich habe erst gedacht, ah, der Kalle, der schafft die Base auch nicht. Ich habe sie nämlich auch nicht geschafft. Also auch nur, ich glaube sogar nur mit 1 Stern belegt, weil ich es versucht habe mit Luft zu machen. Mal wieder Risiko und da war es mal wieder mein scheiß Tablet. Das meldet sich immer, wenn ich aufnehme. Naja, das meldet sich halt immer, wenn ich aufnehme. Wahrscheinlich merkt mein Tablet, oh, der Toto ist gerade online. Der nimmt gerade auf. Ich muss mal gerade ein Bimmel loslassen. So habe ich so ein bisschen das Gefühl. Ich habe es schon mal gesagt, ich könnte es auch ausmachen. Aber das bimmelt den ganzen Tag nicht. Und dann setze ich mich abends hin, nehme ein bisschen was auf. Und dann bimmelt das Ding hier. Die Queen wird es leider, ah, die Queen wird es nicht ganz schaffen. Aber der King hat die Queen hier gerecht. Schön gemacht hier, Kalle, auf die Nummer 16. THC Boy, Trademark, ist hier auf dem Weg. Rathaus 10 gegen Rathaus 10. Und ihr bemerkt das auch, ich bin ja 3 hoch gegangen. Es geht schon in Regionen, wo es so Richtung Max geht. Ja, also vor allen Dingen hier Max RH10 auf Max RH10. Ist für mich immer noch eine spannende Sache. Aber schön gemacht mit der Maschine hier, die tankt zwar. Ich habe jetzt schon so ein paar andere Taktiken gesehen, wo die Maschine nicht unbedingt tankt, sondern wo man die Maschine einfach so ein bisschen schützt mit ein paar Riesen davor. Optimalerweise hier jetzt gerade für diese Kombination Hexen-Bowler sind natürlich die Single Infernus. Die kommen einem dann so ein bisschen entgegen. Manchmal hat man ja auch so ein bisschen Schiss nach dem Motto, oh, Infernus of Single. Die tun weh. Ja, das tun sie, kann ich euch sagen. Also der Respekt ist immer noch da. Und vor allen Dingen, wenn zwei Infernus so gegenüber stehen, dann ist es immer sehr, sehr schwer. Aber hier ging natürlich King und Queen kurz mal nach rechts, kurz mal nach links. Der Sprungzauber super genutzt hier. Dieses Mal, also die Maschine hat schönes Loch gemacht und der Sprungzauber absolut super gesetzt. Hier in 1, 2, 3, 4 Compartments kamen die Truppen dann letztendlich hier rein. Und das, ich hätte fast gesagt, das war so ein bisschen der Schlüsselpunkt. Denn dass die hier in vier Compartments reinkommen, plus da hinten in das kaputte Compartment, was die Karre ja gemacht hat, war einfach optimal für diesen Angriff. Und schön gemacht hier. 10 auf 10 ist, gucke ich eigentlich immer gerne. Ich gucke es mir immer wieder gerne an. Ich habe es auch probiert. Es gelingt mir nicht. So, es gibt Kekse. Es gibt Kekse. Also der Cookie hier greift auf den Radu an. 6 auf 10. Das ist exakt 3 höher. Und wir gucken mal, wie er sich gegen diese komische BVB Base durchgeschlagen hat. Also früher habe ich immer gedacht, oder hat sich einer eine BVB Base gebaut, wenn er schwarz und goldene Mauern hatte. Du konntest die Dinger ja nicht angucken. Da hast du Augenkrebs gekriegt. Aber hier mit geballter Kraft hier rechts und links. Also das ist dann auch schon. Wie macht man das? Wie macht man das? Wie fängt man so einen Angriff hier am besten rein? Oder ein? Und es geht ja jetzt wirklich alles hier unten rum. Mit King davor. Ola, Hexen dahinter. Wunderbar. Hier oben Ola, Warden, Hexen. Alles dabei. Und die Karre geht hier ganz munter ihren Weg Richtung Rathaus. Ist jetzt noch halb voll. Auch das ist natürlich super. Die ist super geschützt worden, die Karre. Mal sehen, was er... Ich denke meistens ein R. Was er da drin hatte. Ah, da kommen ein paar Valkyren raus. Wunderbar. Die sorgen hier nochmal für Trouble. Außen. Jetzt müssen wir nur noch so ein bisschen gleich die Mitte entkehren. Und dann ist das hier so ein Rundumlauf gewesen. Das muss ich mir mal merken. Denn so eine Base hier, die ist auch im Rathaus 10er Bereich sehr, sehr beliebt. Und dann weiß man mal, wie er mit ihm machen kann. Sprungzauber super genutzt. Hier, du kommst einfach nicht über beide Compartments durch. Also viele sagen jetzt, ah, der Sprung war doof. Er hätte vielleicht noch den anderen Rand erreicht. Vielleicht. Aber ich glaube, zwischen den Mauern da in der Mitte sind sieben Felder. Das packt der Sprung nicht. Oder zumindest nicht ganz. Vielleicht hat er das gepackt. Also ein bisschen mit Exploit ausnutzen oder so. Aber schönes Ding. Hier von Rathaus 11 ist das allerdings schon. Entschuldigt bitte auf Rathaus 11. Und also hier oben nähen wir uns jetzt schon in Regionen, wo es ein bisschen spannender wird. Wo auch der Krieg, glaube ich, entschieden wurde. Bum Bum Böck. Bum Böck hat hier zugeschlagen auf die Nummer 7 vom Team Romania Team. Herzlichen Dank übrigens nochmal. Dann kann ich das kurz mal ansprechen nochmal. Ich glaube, ich habe es am Anfang schon gesagt. Der Lina Marie. Der Liederin. Die mich hier animiert hat. Beziehungsweise die mir immer angenommen hat. Als ich gesucht habe. Und ich war jetzt schon. Oder ich war hier jetzt. Ich glaube, warte mal. Einen Tag vorher. Zwei Tage Krieg. Einen Tag danach. Wegen Aufnahme. Halt spät abends. Ich war insgesamt jetzt vier Tage hier. Und so ist das halt manchmal. Das macht mir überhaupt nichts. Sondern ich kann hier immer noch ein bisschen spenden. Kann immer noch ein bisschen was empfangen. Kann Events spielen. Und nicht nur Klankrieg. Sondern ich kriege auch so ein bisschen was außenrum mit. Ihr seht das auch hier. Hier wird gebettelt. Hier wird gefordert. Und ja. Ist halt ein ganz normaler Kahn. Aber tolle Aktivität hier. Und 30er Klankrieg hat mich natürlich super gefreut. Und deswegen wird diese Folge auch über 20 Minuten lang. Das ist einfach so. Damit wir hier möglichst viel reinkriegen. Alles kann ich nicht zeigen. Sonst müsste ich 30 Angriffe zeigen. In mal 4 hier. Und dann macht so eine Folge überhaupt keinen Spaß. Weder mir noch euch. Schön hier die Queen am Ende gezündet. Ich sehe es gerade. Es ist schon Rathos Silver. Oh es ist 12. 12 auf 11. Okay. Habe ich mich gerade vertan mit 11 auf 11. Entschuldigt bitte. Woran ist mir gerade aufgefallen? Es ist mir gerade daran aufgefallen. Dass die Bogenschützinnen bei einer Queen über 50. Wieder so eine komische Farbe annehmen. Die eigentlich gar nicht zu der Queen passen. Beziehungsweise wenn man die Bogenschützinnen glaube ich schon auf Level 8 hat. Die sehen eigentlich aus wie Level 1 und 2 Bogenschützinnen. Ich finde das Design nicht so schön. Die hätten sie ein bisschen böser machen können. Wir gucken mal hier unten in die Ecke. Was die Queen mit dem Boden hier noch reißt. Ich sehe hier unten noch einen Magier. Und die Queen ist nicht mehr zündbar. Ist aber nicht so stimmt. Der Warden tankt hier. Der Warden tankt hier. Super. Jetzt ist da oben noch ein X-Bogen. Hier hinten ist noch eine Kanone. Oh 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 oh. Das ist noch eine Kanone. Aber ich glaube so eine fast volle Queen hier und eine Kanone außen. Das ist nicht mehr ganz das Ding. Jetzt spüre ich das wirklich mal vierfach vor. Also gut gemacht hier. Die Bases waren teilweise riesig hier. Ist vielleicht der neue Clou in Clash of Clans oder die neue Basemeter. Keine Ahnung. Das so groß zu machen, dass du es zeitlich nicht schaffst. Und wir haben hier Sam und Mum vom Clankrieg gegen einen Rathaus. Was ist es? Auch ein Rathaus 11 noch. Also zwei auf vier. Das heißt wir hatten selber glaube ich dann nur ein oder zwei Zwölfer mit dabei. Der Gegner Ditto. Und hier geht das mit der Kombi. Ja ich mag es eigentlich nicht so. Ich meine ich weiß nicht mit 280 Truppen und so einer Kombi hier. Erst das Rathaus mitnehmen und dann den Rest der Base ist immer sehr sehr schwer. Das Rathaus hat schon mal viele Trefferpunkte. In der Regel ist es auch gut verteidigt. Und hier geht es jetzt erstmal mit geballter Kraft ohne Mauerbrecher, ohne alles. Durch die ersten Mauern Compartments durch. Vielleicht macht es da die Masse der Truppen. Vielleicht macht es die Masse der Truppen. Ich habe ja auch gestern glaube ich auch vorgestern in meinem Video gesagt. Wenn du dippen musst, dann dip mit dieser Kombination hier. Die geht immer. Also von 10 auf 9, von 11 auf 10, von 12 auf 11 womöglich auch. Schwer zu sagen. Aber so 11er Bases sind ja doch schon dann ganz gut verteidigt. Und hier haben wir zwar ein Rathaus 12 als Angreifer. Ich denke mal schon mit 82 Truppen. Aber 51er Queen, 25er geworden. Das ist noch absolut zu verteidigen im Rathaus 11 Bereich denke ich mal. Je nachdem wie er angriffen wird. Und eigentlich hätte ich fast gesagt, es ist zwar noch Zeit ohne Ende. Aber wenn ich hier sehe, dass hier noch zwei Infernus leben und so wirklich wenig Truppen noch da sind. Aber Queen noch zündbar. Ein Wutzauber noch dabei. Mal sehen wann der genommen wird. Oder ob er überhaupt genommen wird. Denn irgendwo willst du natürlich in den Clan kriegen immer alles geben. Also alles an Truppen, alles an Zauber, was halt da ist. Und es ist jetzt eigentlich ist nicht mehr viel da. Genau. Es werden auch nur zwei Sterne. Ist aber nicht so schlimm. Habe ich euch auch schon mal erklärt. Ich kann nicht immer nur drei Sterne zeigen. Ich werde auch auf zwei Sterne runter gehen. Auf gute Angriffe. Also 12 auf 11 ist doch nicht immer ein Dreier. Sei damit gesagt. Aber Sam hat das hier ganz gut gemacht. Hat die schöne zwei Sterne für uns im oberen Bereich rausgebracht. Der Warden wird es jetzt zwar noch über die Zeit retten. Und ich glaube er wird auch nicht mehr. Stimmt er noch? Mal gucken. Ich habe es schon jetzt auch vierfach vor. Aber ich glaube er packt das hier komplett durch. 25er Warden. Hat auch schon ein paar Trefferpunkte. Gut gemacht. Und unsere Nummer 1 durfte auch mal zeigen was er drauf hat. Aber gegen die Base hier. Das ist auch der Hammer. 1 auf 3 ist ein Rathaus 12er. Aber es ist ein kleines Rathaus 12er. Ich gehe mal eben rein. Es ist noch. Ah ne doch. Es ist schon. Es ist schon auf Level 5. Okay. So kann man es auch machen. Das heißt also. Man macht seine Defensive ausschließend. Oder baut die hart auf Luft auf. Hier mit den starken Luft abwehren. Aber der Flächenschaden hier ist natürlich ganz ganz mau. 4 Max Tesla. Naja. Sag mal dahingestellt. auch mal vielleicht für die die auch sowas planen. Hier mit so kleinen Kanönchen. kleinen Bogentürm. Natürlich 5er X Bogen. Das heißt also die schon sehr sehr starke Defensive hier ausgebaut. Aber den Rest halt nicht. Also X Bogen ausgebaut. Die die Infernus ausgebaut. Und die Luft abwehren. Plus Tesla habe ich glaube ich genannt. Und der Rest halt nicht. Kann man auch machen. Habe ich noch nicht so gesehen. Ist hier aber schön reingekommen. Hat das Rathaus jetzt erledigt. Ich meine der Queen. Die Queen ist außer Range. zwischen der Bombe. Und um Bogenschützentürme oder so. Musste sich der Karim hier jetzt überhaupt keine Sorgen machen. Dass sie hier so mega Schaden machen. Also ihr wisst ja so Level 14, 15 Bogenschützentürme. Und so richtig starke Magertürme mit extremen Flächenschaden. Die schaden so einer Base hier. Aber tut mir leid. Nicht sowas hier. Das ist dann eher Grütze. Und gefundenes Fressen hier. Für den Karim. Aus diesem Clan hier. Also ganz easy peasy. Die Base war eben überflogen. Mit dem Rest. Killsquad hat er schon reichlich gemacht. Und der Rest hier ist wirklich Grütze gewesen. Gegner. So geht es nicht. Also ist es der Koch. Bis rr. Ob es rr. Und dann ist das hier auch gewesen. Der gesamte Clan Krieg wurde übrigens gewonnen. Ich hätte es nicht gedacht. Ich hätte es nicht gedacht. Herzlichen Glückwunsch an euch. Denn als ich hier diesen Clan Krieg verlassen habe. Mit meinen beiden Angriffen. Hab ich gedacht. Oh oh oh. Da ist nicht mehr viel. Was wir noch so holen können. Aber wenn wir hier in den Events gucken. Der Clash hat hier noch auf die 14 Reihen gefahren. Blutbart. Basti hat auch noch mal zugeschlagen. Auf die Nummer 11. Und der Gegner hat so gut wie nichts mehr geholt. Mit seinen letzten Angriffen. Das seht ihr hier. Ähm. Also hier oben ist das Ding nochmal super gewonnen worden. Ähm. Glückwunsch. Ähm. Zu euch da draußen. Beziehungsweise in den Clan. In den Clan Krieg. In den Clan Krieg. Was im Wortspiel. Sie sind auch aktuell wieder im CK. Ähm. Ich stelle euch den Clan ganz kurz einmal vor. Das habe ich am Anfang leider vergessen. Habe ich bei den Flammenwürfen leider auch vergessen. Biedermänner. Ego. Egomanen. Und Einfallspinsel. Obacht. Wir kennen euch. Suchen nette aktive Spieler mit starken Dorf und dicken Helden. Fun Clash. Auuu. Gab es hier nämlich immer wenn es einen Dreiständer gab. Richtig krasser Kampfspruch. Hashtag Hashtag Good. Ähm. Werden mir einen neuen Clan suchen. Wie auch immer. Mal wieder random. Ähm. Vielen lieben Dank nochmal an den Clan Krieg hier. Ich hoffe die Folge hat euch gefallen. Egal ob aus dem Clan Krieg. Wie sich das anhört. Aus dem Clan Krieg. Oder aus dem Clan der da Krieg heißt. Bis dahin. Euer Toto Clashed. 2. 1. 2. 3.